Hey, ho Leute, ich bin euer Brownie und heute mal mit was anderem und zwar Black Sporks, ja Black Sporks, alle wollen Black Ops sehen, nee Spaß, ein bisschen Zombie Solo Action, weil ich gerade irgendwie Bock drauf hatte, weiß auch nicht wieso, weil irgendwie hatte ich den Drang nach Zombie und ja auf jeden Fall habe ich schon ewig nicht mehr gespielt und kann es wahrscheinlich gar nicht mehr Aber, ich versuch's Okay, hinter mir kommen sie schon Okay, ich starte doch schon mal ganz gut Nee Spaß Ja, mal sehen, wie weit ich kommen werde überhaupt Ich habe nur noch ein paar Kugeln Aber, ich denke, na, ich sage lieber nichts, bevor ich es richtig verkacken Oh, ich bekomme keine Punkte mehr Okay So Oh, ich glaube, oben war noch offen Ups Okay, also Muni wäre echt nicht so schlecht Oh, ich kann ihre Qualen nicht genießen Fail Na Okay Okay, mal sehen wir, wann ich dann weitergehen werde Ich weiß keine, wann man sonst so weitergeht Hm, na Ich glaube, Runde 4 oder so war das Hm, auch egal So, quick rival Für das Wiederbeleben der Schwächsten Oh, da ist er Oh, da ist er Oh, hast du das gespielt, das hoffe ich Also ich hab's zwar schon lange nicht mehr gespielt, aber Die greifen ziemlich schnell an jetzt Keine Munition macht keinen Spaß Oh, fail, 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 fail Ich glaube, soll ich da jetzt schon weitergehen? Ach, da ist erst einer, lohn Ah, geht doch Was ist gleich noch, das Schädel hier Ich weiß gar nicht, was Ich nenne einfach Schädel Oh, lord Oh, nein Oh, nein, 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 nein Oh, das war ja knapp Hm, ich glaube, ich gehe da mitten der Runde weiter Oder Gehe ich weiter Naja, doch War vielleicht gar nicht so verkehrt Das heißt, ich werde hier noch ein bisschen repaaren Not Scheiße Max Ammo wäre jetzt echt gar nicht mal so schlecht Egal, dann gehe ich weiter Oh, die Kiste Oh Hm, jetzt bräuchte ich trotzdem irgendwie mal Money Egal, dann gehe ich weiter erst Die Kiste rennt ja nicht weg MP40 Dann mal gucken, wie weit ich kommen werde überhaupt Ich hoffe doch Mal 20 mindestens Ups Ich glaube, das ist der letzte, oder? Okay Eindeutig nicht Ich glaube, ich habe da hinten noch einen gehört, oder? Jo Aber so viele noch Okay, der liegt noch So Runde 4 Ich werde wahrscheinlich ziemlich abkacken dann Ja, hoffen wir es mal nicht Ich war mal eine Zeit lang Nein, nicht gut, aber Halbwegs gut, auf jeden Fall Ja, jetzt wahrscheinlich ja nicht mehr Oh, das war jetzt gar nichts Dann gehe ich mal zur Kiste und hoffe doch mal, dass ich was Gescheites bekommen hier Wow, wow, Leute, 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 Leute Keine Munition, keine Wunden, kein Spaß Ups, nee Ach Egal, ich würde sagen, den kill ich erstmal Ah, oder nee Hier ist ziemlich scheiße, bestimmt Egal, ich schaffe das schon Ah Lol, jetzt Okay Einmal gehe ich noch in die Kiste Also MP40 behalte ich auf jeden Fall Farmers Hm, nein Die geht mir zu schnell, ja Okay, dann einfach mal probieren Ich weiß gar nicht mal, wie das hier ging Hm Oh, Leute Ich bin schon ein bisschen aufgeregt Irgendwie gerade Irgendeine Angst, dass ich verkrack Oh, Mann, sicher, sicher Oh, das hat's jetzt gar nicht gebracht, ey Na ehrlich Oh, nein, die Luke Oh, nein Oh, warum muss die Runde jetzt zu Ende sein, mal ehrlich Oh, okay, das ist jetzt richtig scheiße Okay, dann muss ich mich beeilen Und ich versuche jetzt einfach mal den Rape Train allein Mach ich noch den Täler an Oh, nee, das mach ich nachher Das packt meine Spaß aus Und hole hier erstmal Instant Kill Ah, genau Instant Kill heißt Ha Woll Und neigt euch dann erstmal Okay, tschüss Na, kommt her Ups Ach, ich habe ihn auch Instant Kill Oh, lol Jetzt geht's weg Okay, ich weiß mit M440 wäre es jetzt besser Krieg ich mehr Punkte, wa? Oh, scheiß Leckops Mal ehrlich Naja Ich glaube, ich laufe zu schnell Double Points Double Points So Ich werde für Schmerz. Das tut weh, nicht wahr?